Ja, also das ist ein Gefühl. Einfach dazu zu gehören. Ich bin stolz auch drauf und natürlich auch Dankbarkeit den Wählerinnen und Wählern gegenüber in Sachsen-Anhalt, meinem Wahlkreis, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben, dass ich hier dazu gehören kann und darf. Also wir sind ja bekanntlich, der Parteikonvent von der SPD hat ja beschlossen, dass Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufgenommen, also mit der Union aufgenommen werden sollen. Und dabei geht es wirklich um die Themen, für die wir im Wahlkampf angetreten sind, für einen Politikwechsel. Und das heißt, ein flächendeckender Mindestlohn, bundesweit einheitlich, Ost und West. Und es geht um die Angleichung der Rente Ost und West. Und es geht auch um die Gleichstellung von Männern und Frauen. Jürgen Kinn, Lars Zingwein, Axel Knöhrig, Jürgen Künz, Dr. Claudia Jürgen Michel, Jürgen Bühner, Thomas Rütte. Vielen Dank.